Was geht, Freunde in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Also, Susanne, ich... Was, Wolf? Was geht hier ab? Nun, ich verstehe immer noch nicht ganz, warum du auf einmal ein Kleid brauchst. Ein Kleid braucht man immer mal wieder, Wolfgang. Ja, brauche ich auch ständig. Ich will das teuerste Hochzeitskleid. Ich brauche einfach mal so ein Kleid und kaufe ein Hochzeitskleid. Ja, ganz normal. Aber du hast doch schon so viele. Vor allem mit welchem Geld? 53, Wolfgang. Oh! 53. Das reicht. Die brauchen einen ganzen Raum für ihre Kleider. Golf Club hat 73. Gut, gut, gut. Aber Susanne, bitte tu mir einen Gefallen und achte ein wenig auf den Preis. Keine Sorge, Wolfgang. Ich werde keinen Billig kram. Nein, nein, nein. Das ist gut. Nein, also ich meine... Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Bonjour. Je m'appelle Susanne. Ah ja? Wo ist sie... Der redet Deutsch, Junge. Ich bin Marie Wolfgang. Danke. Oui. Je voudrais une robe. Was? Un kleid. Oh, je. Un kleid. Tut mir leid, ich spreche leider gar kein Französisch. Susanne auch nicht. Sie tut immer nur so. Non, non, non. Was ist denn der jetzt wirklich Französisch gesprochen hätte? Oh, je suis la France. Okay. Gut, was kann ich denn für Sie tun? Ich suche ein Kleid. Ja, Wahnsinn. Ein exquisites Kleid. Genau. Aber wenn es möglich ist, bitte... Das teuerste, was Sie haben. Das teuerste, was ich habe? Richtig, oder Wolfgang? Ähm, genau. Das teuerste. Das sind Ihre Kreditkarte nicht... Oder Kreditkarten... Kreditkartenbank, Industrie, was weiß ich, wer das verwaltet, nicht mal eine Nachricht geschickt hat. Jo, bezahlt mal bitte die offene Rechnung. Die Karte ist gesperrt. Nö, die können einfach mal weiter einkaufen. Ganz normal. Nicht reich, müssen Sie wissen. Okay, ähm, ja. Welches Kleid, was für eine Art Kleid hätten Sie denn gerne? Ein Brautkleid. Was? Ein scheiß teures Brautkleid. Einfach mal so, Brautkleid als Alltagskleid. Ganz normal. Aber Susanne, wann willst du das denn anziehen? Morgen im Golfclub, Wolfgang. Im... Was? Im Golfclub, Wolfgang? So, ja, 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 na ja. Wolfclub. Oh, Birte hat vielleicht über 70 Kleider, ja. Aber sicherlich kein Brautkleid. Aber... Die Bitch wird Augen machen. Sind die nicht verheiratet? Müsst ihr die nicht eigentlich auch Reins haben? Hahaha. Gut, äh, vielleicht schauen wir uns einfach erst mal um. Okay. Okay. Letzte Woche musste ich meinen Porsche verkaufen, weil Susanne immer so viel Geld ausgibt. Und das hat die nicht mitgekriegt, oder was? Ich habe nur noch zwei Porsche. Oh. Wie kann der sich das noch leisten, wenn die kein Geld haben? Der aus dem Golfclub hat vier. Oh. Vier. Das kommt ja auch mit dem Golfclub, Alter. Schauen Sie mal hier, dieses Brautkleid hier ist wunderschön. Ist das, ähm, Kleid aus Seide? Ah, nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht aus Seide. Dann ist das, äh, Satan. Äh, nein. Das ist tatsächlich Tüll. Tüll reimt sich auf Müll. Hinfort mit diesem Schmutz. Aber warten Sie doch erst doch mal den Preis ab. Bitte, bitte. Was kostet dieser Tüllmüll? Dieses Kleid ist wunderschön, wie Sie sehen, und trotzdem gar nicht mal so teuer. Weg. Weg. Er sagt, wartet einen Preis ab, die will das Teuerste. Und er sagt, es ist gar nicht mal so teuer. Was? Junge, wenn jemand zu mir in den Laden kommt und sagt, ich möchte das Teuerste haben, was Sie haben, dann gehe ich doch nicht hin und suche was raus, was nicht so teuer ist. Schmutz. Aber Susanne, ein günstiges Kleid ist doch auch gut. Und vor allem, da niemand beim Tragen sieht, wie teuer das eigentlich war. Was gefällt Ihnen denn an diesem Kleid nicht? Der Preis. Es ist zu billig. Ich will ein teures Kleid. Ja, hat sie ja gesagt. Okay, wie Sie wünschen. Ähm, ich bereite mal was vor. Kleinen Moment. Na jetzt. Ich habe leicht Angst, Alter. Susanne. Dieser Knecht wird hier nicht mehr lange arbeiten. Dafür werde ich sorgen. Ich habe... Okay, Alter, die macht auf Tag, Hubert. Aber ein Vorschlag, Susanne. Gute Idee. Aber es muss wie ein Unfall aussehen. Okay, die macht es extremer. Boah, Alter. Wir kaufen ein etwas günstigeres Kleid. Ja, leck mich doch an. Aber, 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 aber. Gehen dafür heute Abend noch einmal in den Oceans Golf Club dinieren. Ja, toll. Der kann doch das teure Kleid nehmen, wenn der dann nach... Oder wir kaufen das teure Kleid und gehen in den Golf Club dinieren. Ja, ja, gut, wenn die in den Club Mitglied sind, dann zahlen sie ja eh Mitgliedsbeiträge. Nie rennen. Aber Susanne, ach, dann sage ich es dir halt. Was, Wolfgang? Unsere finanzielle Situation, die ist gerade... Nun ja, die ist halt... Also, die Dame, ich habe Ihnen ein Kleid in das Umkleidezimmer getan. Das wird Ihnen bestimmt gefallen. Eine Frage hätte ich noch zu diesem Kleid. Zu diesem Robbe. Ja, bitte. Oh nein. Wurde dieses Kleid von Kindern angefertigt? Ach, das... Na ja, gut, das kann ja durchaus vorkommen, stimmt schon. Finde ich super, dass Sie sich da Gedanken machen. Nein, das ist uns tatsächlich wirklich sehr, sehr wichtig. Dieses Kleid wurde selbstverständlich nicht von Kindern angefertigt. Gut. Sehr gut. Wir lieben Kinder. Ich hasse Kinder. Ich bekomme Ausschlagen, wenn sie mit ihren kleinen, klebrigen Händen dieses Kleid genäht hätten. Wie bitte? Oh, Susanne! Vielleicht ziehst du erst einmal das Kleidchen an. Und ich bin ja schon ganz gespannt, wie du aussehen wirst. Gut. Gut. Was sind das für Bewegungen, Mann? Auf ein Wort, bitte. Ja, 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 bitte. Vielleicht zeigen Sie meiner Frau gleich noch einmal ein paar andere Kleider. Ja, ja, ja. Kein Problem, das mache ich. Ja. Und vielleicht erzählen Sie auch nochmal, dass man ein Baumkleid wirklich nur anziehen sollte, wenn man heiratet und sonst nicht. Nicht mal? Ich kann es versuchen, ja, aber ich glaube nicht, dass Sie... Wolfgang? Ja, mein Schnucki Pupf? Ich bin bereit und werde jetzt herauskommen. Ah, ja. Das ist halt so ein Ding. Versuch das mal mit Dagobert, Junge. Der würde trotzdem sagen, nee, nee, mache ich nicht. Das ist mein Geld, das ist dann von dir, Mann. Ah, ich bin ja schon ganz aufgeregt, wie du aussehen wirst, Susanne. Starte die Musik. Welche Musik? Was? Die Musik, die ich dir aufs Handy gespielt habe. Starte sie. Was? Ach so, ja, ganz vergessen. Moment, Susanne. Die Musik, die sie mir geschickt hat. Moment. Ich habe jetzt schon Angst vor das Ergebnis. Okay. Ja, steht aber gut. Kann ich mich nicht beschweren. Ich bin eine Königin. Sie sehen toll aus. Kniet nieder vor eurer Königin. Sie meint das ernst nieder. Knien sie nieder. Los. Bitchi Birte werden ihre Augen ausfallen. Oh Gott, Alter. Fallen, wenn ich so morgen in den Golfclub komme. Ja, natürlich. Wer kommt schon mit dem Brautkleid in den Golfclub? Er wird mir auch die Augen ausfallen. Ja, du siehst wirklich toll aus, Susanne. Knecht, sage mir. Knecht, Alter. Was kostet dieses wundervolle Kleid? Da wären wir jetzt tatsächlich bei 8000 Euro. Ich ne. Ha, ich kündige. 8000 Euro, Alter. Jetzt hau mir aber ne Perücke vorm Kopf. Immer es. Was? Dafür verzichte ich auch auf eine Tüte, Wolfgang. Dann macht die 20 Cent-Tüte nur noch keinen Unterschied mehr. Okay. Sehr gut, Wolfgang. Du bist der Beste. Alter. Dafür gibt es heute Abend auch GV. Gerne, Susanne. Nein, doch nicht. Ich hab's mir anders überlegt. Ich mach das. Das hat sich aber schnell umentschieden, Alter. Jetzt mal alles fertig, ja? Tüte wollten sie jetzt nicht haben, ne? Doch, doch. Eine Tüte kann man ja immer mal gebrauchen. Nicht wahr, Wolfgang? Du hast 10 Tüten zu Hause, Susanne. Ey, was ist jetzt los? Bitte hat 5 Tüten zu Hause. Geht zwar auf immer das Bild weg, Alter. Was war denn das jetzt? Bitte hat 12 Tüten zu Hause, Wolfgang. Jetzt hat die auch noch Streit drum, wie er den meisten Tüten eben hat. Echt, bitte bringe mir 200 Tüten. Oh! Ich geh in ein Kleidergeschäft, um Tüten zu kaufen. Ganz normal. Jetzt müsste ich auf absehbare Zeit die Number One sein. Ich liebe dich. Je m'appelle Susanne, merci. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein großes Dankeschön an Laue, dass wir bei euch drehen durften. Und auch nochmal ein herzliches Dankeschön für diesen wunderschönen Anzug, den ich zur Hochzeit von euch bekommen habe. Dann habe ich noch eine kleine Neuigkeit. Und zwar habt ihr hier eine Möglichkeit, einen neuen Kanal zu abonnieren. Ja, habe ich schon abonniert. Alter, das war so krank, Mann. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen mit mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.